So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft und... Alalalalalala... Ha ha ha... Pass auf... Wirklich erstmal wieder nicht dabei, weil äh... Letzte Aufnahme war... Letzte... Letzte Aufnahme war er dabei, deshalb darf er diesmal wieder nicht dabei sein. Der, ich hoffe, der kommt schon noch nach der... Alter geil, jetzt hab ich... War ich hier schon? Jedenfalls hab ich hier... Alter... Jedenfalls hab ich heimlich Glas gefahren. Kommst die Mutter! Stiert die Scheiße! Und die Zeracke enchantet, damit die da wenig verspendet sind. Was bringt denn sich das schwarze Gelett? Das bringt irgendwie überhaupt... Fuck! Alter, da ist noch eins! So muss ich erstmal das ganze Glas raustun... Scheiß Rückstoß, jetzt hab ich's da runtergebracht. Ein... 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 Das Gefühl, wir reden gerade alle komplett durcheinander. Ach so, das... Sprintet man. Ich dachte mir schon, warum kann ich auch... Ding nicht sprinten hier? du hast du schon vergessen wie man Sprintet ja Alter ich fand's so awesome ich hab mir gestern von einem gewissen Let's Player ja von einem gewissen Let's Player von einem gewissen Let's Player der mit je und LP aufhört ähm hab ich mir das Video angeguckt ähm und der ist einmal in der Hölle gespawnt ja ich weiß kenn ich irgendwo in der Luft und der ist dann runtergegangen äh und fällt dann voll tief in die Lava und dann so Freunde das finde ich jetzt echt nicht gut hä wer hat dieses fucking Loch da gebaut schätzungsweise Elfini also wo muss ich jetzt wo warum gibt's hier in dieser ich kann dir nachher auch mal zeigen wo ich das ganze Glas geformt hab mongowarzen 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 das hast du schon mal gesagt woher willst du es wissen ich such dich jetzt und dann werde ich dich zerstören ich bin ein netter ja ich auch du kannst ihn mir nicht suchen ich bin direkt was soll dieser scheiß mit diesem scheiß mongow gästen gästen ja ich hasse gäste in einem Verfahren das ist schweig ja das ist doch penis mongowarzen 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 woher noch mal fackeln doch hanns mongowarzen alter wo bist du schocken bist du weiter aus der anderen ich weiß gar nicht was für den klinik überhaupt machen wo ja ja jetzt bin ich drin jetzt bin ich drin jetzt ich weiß schon nein was ist das für ne mongowarzen chibou bauen wir uns Lava.. also äh Feuerresistenztränke oder wie die heißen und schwimmen dann in Lava rum ja das ist lustig gehen dann in die Hölle und verfolgen verfolgen dann Paul er kann uns ja schlecht was anhaben er kann uns ja nicht mal in Lava rum ja das ist so geil weil dann kannst du du kannst ja nicht mehr ich brauche mir jetzt wirklich Feuerresistenz an ja ich weiß bloß nicht gehen die mit ich baue... ich schaue schnell in der wiki nah Ich weiß bloß nicht, ob das mit Lohnrouten, also Lohnstaub oder Magma-Creme geht. Ich glaube aber mit Magma-Creme. Bin mir aber nicht sicher. Alter, fadet das Gas. Die geben mit Plastik auf die Eier. Alter, wie viel schwarzes Gelettet? Alter, voll wie gesagt, für Sneaker-Portal zugebaut. Ja, gar kein Zugewort. Ja, doch. Nein, hab ich nicht. Irgendwer hat gar nicht auf Skype. Nein, der Birke. Er ist ein Vornam, aber das ist nicht so schlimm. Alter, wer hat geschrieben, Mann? Ah, ich hab's rausgewohnt mit Magma-Creme ist Feuerresistenz. Ich brauche mal sechs Stück für... Ähm, ich brauche jetzt... Ich brauche mal meine Eier. Was ist denn gerade? Das... Aber du hast ein Ohr vom Fondur. So, jetzt fallst du ein Baumwärmchen rein. Deine Marmott-Gummi-Wärmchen. Äh, ja. Äh, ja. Ich brauche mal eine geile Spitzkarte kaputt, weil es sonst viel keiner hat. Ist doch Musch. Und warum ist hier keine verdammten Dach? Warte. Nein. Wahrscheinlich war ja schon. Nein, das war ja schon. Ach, Gott. Alter, weh, ich war ja schon. Weh, das sind keine Warzen. Ach, ne, acht. Ich brauche acht Goldnuggets pro goldene Karotte, oder? Äh, eine. Ein Goldnugget. Echt? Ich dachte, acht. Ich war doch immer so lieb und brav und nett. Ey, ist Aquard Potion ein seltsamer Frank? Äh, weiß ich jetzt nicht. Was hast du reingetan? Ich weiß es nicht. Ja, normalerweise heißt es, heißen die, glaube ich, so, ja, das müsste normal sein. Ja, passt schon. Alter, wie dunkel es hier ist. Alter, wie geht gar nicht. Jetzt hat schon wieder wer geschrieben. Ich, ich guck mal kurz. Da, schon wieder dunkel. So. Ja, guck, meine ich ja. Oh. Okay, ganz normaler. Sterbte Mongo Cube. Die hab ich noch gar nicht erinnern. Scheiße. Ist da Endstation? Oder ist Endstation? Okay. Nein. Markieren wir uns in meine Endstation. Da geht's auch nicht weiter. Fuck, war ich ja schon. Kann sein. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hier, der Mongo Scheiße. Alter, fast werde ich in die Lava gefallen, Junge. Geht nicht klar, Junge. Alter, jetzt werde ich von einem Gas attackiert. Über der Lava, ja, leck mich auf dem Hintern. Die Scheiße Cube, es geht mir nicht auf den Cube Arsch. Du hast einen Cube Arsch, einen Wurfelarsch, ernsthaft. Cube Arsch, so. Alter, jetzt greifen dich. Oh mein Gott. Ja, ich hab Birkel schon. Ja, Birkel ist jetzt wieder da, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin, dass der uns geht. Nein, sonst redet er. Doch, ich hab' ihn jetzt reingesagt. Hallo. Hallo. Wenn ich so, äh... Ja, bist du. Okay, also sind jetzt doch alle da. Also hat er seine Regel gebrochen, alle paar Aufnahmen, also jede zweite Aufnahme nicht dabei zu sein. Finde ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Also das folgende ist verpasst. Wir haben alle vor, jetzt einen, äh, Paul zu trollen, indem wir in die Hölle gehen, mit Feuerresistenz tränken und damit er uns nicht in die Lava schubsen kann. Ich hab, ich hab sechs. Wer nicht, ich hab sechs. Ich hab auch sechs Tränke. Alter, du hast keinen Zeit. Alter, wer ist jetzt schon wieder rausgeklogen. Mal darfst du raten. Alter, jetzt ist das auf Mongo. Alter, diese, also dieses Skelett, die ich hier gebe, ist voll. Zeiger. Ne, ich brauch noch... ...Data. Ich weiß gar nicht, was ich mir noch für tränke. Irgendwas geiles, droppen. Die droppen bei mir, irgendwie Bullshit. Die droppen bei dir nicht. Droppen? Voll die dropper. Alter, und warum sind die? Wurzeln. Die Kürze kommen hier auf jeden Fall mal raus, aber das entspricht. Du bist bei Gas, dann willst du mich. Alter, das ist eine Lohre. P, das ist Lohre. Am Arsch. Boah, alter Paul, du hast keine Chance, wenn du mich einmal angreifst, bist du cool. Freut mich nur mal so. Ja, und hier habe ich jetzt das ganze Essen reingetan. Ähm. Da, boop. Ob, ob, wie. Alter, ich habe schon zwei Stacks Sprengpulver. Das heißt, hier gibt es keine Warzen oder was. Warum macht man das überhaupt? Warum macht man die Netafestung ohne Warzen? Warum braucht man die Netafestung? Nett mal los vorne. Tja, schlecht. Tja, schlecht. Äh, egal. Ähm. Was wird... Sollte ich mir Geschwindigkeitstränke machen, mach... Sollte ich mir Geschwindigkeitstränke machen? Ich habe schon welche, also... Na, dann mache ich noch mehr Unsichtbarkeitsstränke. Ja, perfekt. Warum habe ich die überhaupt rausgenommen? Oh, jetzt werde ich mich von Cubes attackiert. Ach, geht mir nicht auf die Eier, scheiß Roten. Von MagMag. Alter, ein Gas direkt von meiner Nase. Äh. Ich kann mal Gas mit dem Schwert angreifen. Ich kann den angreifen. Den kann man angreifen, aber man muss da an einer ganz bestimmten Stelle schlagen. Was ist das wiederum? Habe ich das Gefühl. Nee, kann ich nicht. Der ist angreifend vom Schwert. Ich kenne den Verrückter auf dem rum. Ja, du musst den Team genau in der Mitte treffen. Also da kommt man, glaube ich, auch gar nicht so leicht hin mit dem Schwert. Fahrt, auch ein Lonspawner, ja, leck mich doch. Keine Lust auf unspawnern. Das? Au, au. Save me a cube, save me. I'm a Pazifist. Aha. Du bist ein komisches Wort. Äh. Ja. Das ist ja geil, Leute. So. Paul macht das jetzt wieder vom... Acker. Okay, Acker, Paul kommt da. Nein. Ich suche mir eine nächste Läden in der Rüstung. Ich tue jetzt erstmal mein komplettes Zeug, was wertvoll ist, also Pfeile, auch, also mein komplette Diamantsachen und Bergzeuge und alles tue ich jetzt erstmal in die Endertruhe rein, auch meine Lustung und dann... Kann ich nicht davon unterhüpfen und zu leben. Kann ich da runterhüpfen und zu leben. Das ist ja da. Äh, wirklich, ich fang gleich mal, ne? Ähm. Kann ich nicht. Okay. Ausleuchten. Ich will doch so ein Mongo. Ich will doch so ein Mongolo. Ich will doch so ein Mongolo. Ich glaub meine Schadenstränke brauch ich nicht. Na doch, klar, die nicht die wird. Äh, Werne, ich helfe dann erstmal ein Beifer beim Ausleuchten, ja? Ja. Ich helfe ihm vielleicht auch, aber ich glaube ich nehme meine Rüstung und so nicht mit. Ja, genau, du helfst mir auch, ihr helft alle mir. Ja, okay. Natürlich machen wir das, wir sind doch sozial. Ja, soziale Arschleche irgendwie. Alter, ich bin eine Schelle. Social Ass Holes. Das ist der neue Film hier. Social Ass Holes. Ja, deine Mutter hat das neue Film. Deine Mutter hat das neue Film. Deine Mutter ist was? Neuer Film. Wo? Also das ist ja fast den Film. Ich fache jetzt. Alter. Was hab ich denn für... Äh, Grafikanstellung, ja. Ja, weit brauchen wir schon hier. Fettisch. Was ist ein Java-Bit-64? Das ist... Java. Ja, das kommt drauf an welche Computersysteme du hast. Also irgendwie so. Das neueste. Das neueste vom neuesten. Ne, ja, es gibt 64-Bit- und 32-Bit-Computer-Dings da. Ja, ich glaube, ich muss das fest. Der Begriff mehr sehe. Ich bin mir da sicher, ich bin ja ein wenig. Ich bin mir da ja die Musiken auf die Reihe. Ja, das ist ja so. Ich bin da jetzt da noch ein paar Jahre alt. Ah, das war's. Ich bin dann ja da. Das ist, da war's, das sieht man da. Mademann. Christoph Prozent mein kann jemand den Krieg des Allerts noch Prozent bis jetzt wollen A2 die Gruppe in den also hast du den Allgazen Schalz rausgeschnitten ja größtenteils also ich weiß nicht was ich habe nicht ich weiß nicht ob ich was vergessen noch er wirklich von der Hälfte und heute entstehen Kribe vom Haus der Garni im Aufer ich hoffe ich habe noch mal aus und ich bin immer meine Rüstung und so nicht wird um hast du kommst doch dabei ich habe nur meine Werkzeuge mitgenommen und sonst alles wollte tränken wollte auch noch ein paar geben aber ich glaube das wäre Verschwendung gewesen da war er spektakulär hier in die Schmutzdruck da da ist ein Lavafall der aber nicht bis zum Boden geht das kommt noch die Hölle baut sich der fließt dann zum Boden rum